Vier Leute müssen mitmachen. Okay, komm. Ihr seht eh keine Sau, komm. Matze, was machst du? Männer oder Frauenpart? Gar nichts. Schwur oder was? Was, Häppi, was machst du? Kann ich zwei mal gucken. Oh, ihr seid... Ganz ehrlich, ihr seid absolut... Nee, tut mir leid, keine Party. Absolut überhaupt nicht doll. Sven, was ist mit dir los, Alter? Sven überlegt sich grad... Mann, Hannes, man muss manchmal auch überlegen. Überlegen muss man gar nichts.